Das sind sie, die Lanneggers. Moritz der Jüngste, sein größerer Bruder Alex, Reinhard der Älteste der vier und schließlich noch Schwester Bettina. Sie sind eine der bekanntesten Basketballfamilien Österreichs. Begonnen hat alles, weil Reinhard kein Torhüter sein wollte. Ich habe zuerst Fußball gespielt und bin dann im Tor gestanden und wollte dann immer im Tor stehen. Meine Mutter hat aber gesagt, ohne Sport geht es nicht und sie hat einmal Basketball gespielt und hat mich dann einmal zum Basketballtraining gesteckt. Das war mit acht Jahren, glaube ich. Letzte Saison spielt Reinhard noch gemeinsam mit Bruder Alex beim UBSC Graz. Alex beendet aber im Sommer seine Karriere, vor allem zugunsten der Lammegger Basketball Academy, die die beiden Brüder kurz darauf gemeinsam gründen. Allen vier Geschwistern macht die Arbeit mit den Kids sichtlich Spaß. Alex hat jedenfalls seine Berufung gefunden. Es war einfach ein Spaß für mich, den Kindern etwas beizubringen. Also zu sehen, dass du derjenige bist, der den Kindern etwas beibringt. Und man braucht nicht viel, um denen etwas beizubringen. Also einfach nur ein bisschen Spaß, ein bisschen Ehrgeiz. Und es hat mir von Anfang an gefallen. Und deswegen habe ich dafür sehr viel Energie und Zeit auch reingesteckt. Und ich glaube, es ist etwas Gutes bis jetzt rausgeschaut aus dem Ganzen. Auch Moritz hilft in der Academy mit, wann immer es sein Trainingsalltag in Kapfenberg zulässt. Als Jüngster hatte er es nicht immer leicht im Lannegger-Clan. Schwer, extrem schwer. Man hat den Druck von oben. Die älteren Geschwister reden immer, du musst das machen, du musst das machen. Es ist ein hartes Leben. In dieser Saison startet Moritz bei den Kapfenberg Bulls so richtig durch. Er ist eines der größten Talente im österreichischen Basketball. Natürlich hat er auch von seinen Geschwistern gelernt. Vom Rheinland von der BIMI, wie ich mit vier, fünf Jahren immer in die Halle gegangen bin. Ich habe einfach versucht nachzumachen, was ich mache. Also schon kann man sicher extrem viel lernen. Heute trifft er auf seinen Bruder Reinhard. Sicher im Publikum ihr größter Fan, Schwester Bettina. Natürlich ist immer so, so hoffentlich tut sich keiner weh, weil wir uns untereinander einfach sehr, sehr gut kennen. Ein Lannegger-Gwinner geht vom Spielfeld. Der größte Erfolg der Lannegger-Familie war sicherlich U20-EM-Gold für Moritz im letzten Sommer. Natürlich war die gesamte Familie anwesend. Ja, es war super. Vor allem im Halbfinale, Finale sind nachher die Eltern auch, die Eltern und Geschwister mit den ganzen Dressen, mit den alten Nationalinteressen von mir eingelaufen. Und das ist natürlich noch einmal ein Kick. Also ich bin die nächsten drei Tage nochmal mit dem Lannegger Nationalinteressen rumgerannt. Erfolgreich sind sie alle vier. Aber wer ist eigentlich der Coolste? Der Alex. Roman. Der Alex. Die Kids sind übrigens der Meinung, dass heute der UBSC gewinnt. An Reinhards Motivation wird es sicher nicht scheitern. Kapfenberg ist fast ein Derby. Da ist alles möglich. Gute Stimmung sein in Kapfenberg war schön. Ich bin sicher 130% motiviert, das weiß ich. Vor Ort sind heute alle Lanneggers. Alex und Bettina im Publikum. Moritz und Reinhard auf dem Spielfeld. Musik Nach Three Untertitelung des ZDF, 2020